3, 2, 1, GO! Aber jetzt nehmen wir wieder Fahrt rum. Lassen Sie uns gemeinsam mit den Audi Together Days durchstarten. Viele sofort verfügbare Neu- und Gebrauchtfahrzeuge zu besonders attraktiven Leaseln und Finanzierungskonditionen. Ja, 1, GO! Geil, der konnte den Wagen schon direkt weg, ey. Ich kann doch nicht für den pinken, Moment. Kommt. Sorry. Da ist noch ein Nader. Hm, macht den Basel. Ja, gut. Nauber, ich hab meinen Buff genau gekriegt. Mit dem Letzten. Ich häng fest, wird facken, ey. Das ist kein Scheiß, ey. Ich häng festgehangen, ey. Wir häng aber gar nicht mehr so weit mal. Oh, oh. Der Rechner hat keine EMP abgerecht. Genau. Ich hab die Taste getroffen. Jawoll. Ich hab sie getroffen. Ich feier mich. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm, komm, komm hoch. Ich stehe direkt vor dir, komm hoch, komm. Ist ja gut, ist ja gut, Leute. Beruhigt euch. Beruhigt euch auf den Kopf. Oh, okay, ich hab' den Kopfbeson. Sonst fach den Kopf aus. Ich hab' den Kopfschmerzen. Ist das die Schlitte nach Straßen? Nee. Nein, jetzt nicht mehr. Mach für den Anfang jetzt gleich weg. ich habe die taste schon wieder getroffen alter aber sie ist los oder ich hab dran gedacht darauf zu drücken und aufmachen muss kommt gleich einmal quer durch den raum ip bitte ja kein problem kommt sofort zu schnell ich habe gedacht total krank beide rechts hallo es k k k Ah man, sorry Alex. Nehmen wir uns selber ja so zu faker. Der Wagen schießt trotzdem, ne? Passt aber noch. Okay, okay, da geh ich mal hin, haust mal eine, weißt du? Es ist mir alles nicht gegönnt hier. Ihr seid so gemein. Ich booste direkt der. Willst du hier boosten schon? Ja. Greenland. 3, 2, 1. Jetzt. Ich glaub der Puls war zu früh. Nö. Eigentlich wollte ich hier die Dicken nutzen, eigentlich nur Puls. Aua. Aua, Goldner bei mir. Hilfe. Ah. Hier ist ein Goldner von mir mit drin gewesen. 2 Dicken. Weiter. Ja. 2 Dicken. Oh nein. 3 Dicken. 4 Dicken, da geht raus. Und wieder, 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 wieder. Nein, ich fähre ihn wiederholen. Ja, geboost. Hm. Oh ne. Ja. Ja. Ach, scheiße, ich bin im normalen Buost, wenn ich keinen Spürste. Hä? Aua. Hat sie durchgeschossen? Ja, sie ist irgendwo. Mal auf dem Bein? Ja. Den hat's doch durchgeschossen, total. Nimmst du roten? Ja. 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 Weg in den Pinken. Ja. Irgendwas war nicht geblendet. Jemand hat noch geschossen. Da ging's auch schon wieder hin. Ja. 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 da ging's auch schon wieder hin. Mit meinem ganzen Gedrücke. Die ersten 3 ging noch. Dann war war vorbei. Ey! Lass mich gehen. Die wichtigste provin der Welt. Wenn zum Beispiel hier mal am Anfang den Boost eigentlich immer wichtiger, die großen keine Ahnung, die schießt man sowieso blind kaputt und das spart einiges an Zeit, wenn wir die hier schneller wegkriegen. Boah, kann man auch machen sonst. Boah, jetzt ne, fast alle rein, oder? Boah, überhaupt nicht, oder? Ne, jetzt spart doch die Wärme. Okay, wo ist es auch? Drei, zwei, eins, jetzt muss der rüberfliegen. Ja, beide gebrennt. Du, 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 Alex, besser als Box. Ne, roter rechts unten. Ach, die Hunde sind doch gar nicht da. Ach, scheiße. Zu früh. Jetzt, sorry. Ja, drei Sekunden. Klatscht. Okay. 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 Alright, war. Jetzt, hinbe. Oh, shit. Okay. hola die goldferien, gerade komische lags hier ein roter wagen links der golden ist in der mitte dp auf den wagen noch mal oh mein gott ja unlinked ich hab nur gescheitert im wäschbähen muss jetzt ist gern ich bin richtig gut da drin und point hier seid ihr und schon da ja alle ist kaputt kann man schließt ein bisschen nein ich habe schon die falschenes kein ep die hinterrat die heilt glaube ich noch der märz schenk sie noch mal okay Komm, Ratsch. Wer ist hier? Sorry. Auf, lauf, 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 lauf. Mein Fehler. Alter. Die waren nicht nett. Oben. Drei Monate Premium kostenlos. Da sind wir da? Ja. 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 Firefly kommt. Jo, auf mich, das weiß ich. Hopp. Liner kommt. Wenn er denn fliegen würde. Also glaub, mein Timer sind wir bei 15 Minuten. Glatt. Da ich immer zwei Sekunden dran bin, könnten wir unter 15 sein. Mal schauen. 15,1, vielleicht ist das sogar. 15,1. Nein! Nein! So knapp! So knapp!